Hallo, mein Lieben und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Fortmite. Heute mit Sima. Ich habe nur gehört, dass man jetzt hier auch fliegen kann. Fliegen? Ja, so mit so einem Flugzeug und so. Achso, ja, das ist aber glaube ich nur bei diesen Modis. Oder wenn du halt zum Flugplatz, aber ich weiß gar nicht, wo der ist. Vielleicht da. Nee, da ist ja dieses komische Abgebrannte, ne? Vielleicht da? Vielleicht da hinten. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Lass mal zu dem Blog. Ich finde das cool. Ich will den Blog sehen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber es sieht cool aus. Let's do it. Dead by Daylight und Golf wird auf Platz 1. Alles andere auf Platz 2. Alright. Dann wissen wir ja, was wir gleich spielen. PUBG. Voll. Doch, ich glaube, ich habe irgendwann mal wieder PUBG gespielt. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Das ist der Blog. Ja. So habe ich der Blog jetzt so viel für. Ich versuche nicht zu sterben. Ach, echt? Äh, wie kommst du denn da auf einmal durch? Ja, ich bin von oben. Alter, du hast mich gerade so erschreckt, als du da auf einmal warst. Oh. Hallo. Hallo. Warte, ich gebe dir nochmal einen kleinen Schminis ab. Er ist hier neben uns gleich. Ich habe keine Waffe. Nee, das ist schlecht. Hier ist eine Truhe noch. Ja, ich gehe zur Truhe. Give me weapon. Okay. Irgendwo war der hier. Ich gehe vor mir auf 300 irgendwo. Truhe aufgegangen. Oh, geil. Wo ist er denn? Gute Frage. Nächste Frage. Irgendwo ist auf alle Fälle noch eine Truhe. Ich glaube, er ist hier im Haus, da wo ich bin. Und hier unten ist eine Truhe. Was war das? Weiß nicht. Ich glaube, der hat diesen... Hallo. Bist du auf Klo? Versteck dich nicht. Nee, der ist, glaube ich, hier... ...diesem Splitter da weggesprungen, aber das ist... Was ist das denn cooles? Oh, hier läuft einer. Bist du laut? Nee. Ich bin noch im Haus. Wo bist du? Über dir. Hier drin. Hit. Da. Da ist Doc. Ah, da. Hallo, wir wollen einen Loot. Über uns ist einer. Über. Oh Gott, die baue ich dir noch mal in dem Spiel. Ja, so. Siehst du den? Wow, okay. Eliminiert. Heil dich mal voll. Dafür hast du so ein schicket Heilpack hier liegen. Ja. Boombox. Ich fand es nur nicht nüch. Ja. Ey, wir haben was getötet. Krass, ne? Ich hab auch einen Kill. Hallo, Herzog. Ich bin richtig stolz auf mich. Richtig krass, ey. Krass, ach scheiß. Na gut, weiter geht's, ne? Wo müssen wir denn hin? Ah, okay. Wir müssen theoretisch nach da hinten. Ja, ich hack hier noch ein bisschen Holz. Lass noch in der Autofahren. Hast du hier ein Auto? Mhm. Wart. Wo? Hier. Ach, da hinten, doll. Na, Lord Herzog? Oh. Juhu. Oh, shit. Wie halte ich denn an? Tschüss. Schon cool, das Ding. Wow, jetzt gegen den Baum. Heh heh heh. Stein. Kannst du mal ne Rampe uns bauen? So schnell geht das nicht. Tatsache. Nö, geht nicht. Oh, hinter uns. Hinter uns, die springen hinter uns. Ja, ich muss hier von runter kommen. Oh, ich bin so schlecht in dem Spiel. Holy fuck. Oh. Hey. Wie kommt man denn hier hoch? Zwei Hits habe ich stehen gegeben. Du stehst ganz schön offen da. Ach echt? Ich konzentriere mich. Oh, der eine Dude ist immer noch da. Boah. Hits ohne Ende hat er gesehen. Nein! Ich weiß nicht, wo der andere ist, ehrlich gesagt. Da waren doch zwei immer, oder? Juhu. Direkt vor mir. Die sind zusammen. Liebste Port. Ich komm. Wo sind sie? Tot. Einer? Wo ist der andere? Wir sind jetzt noch einer. Nee, beide tot. Ah, okay. Alter, fuck. Oh, war das eng. Nein! Oh, ich bin dumm. Wo ist er? Wo ist er? Baut mal. Baut mal was. Schick it. Er pusht. Wo? Von wo? Von Südwest. Obwohl, jetzt kannst du mich aufhelfen, schnell. Südwest war der. Hat ein Snipergewehr. Ah, okay. Aber ist nicht so schlimm. Ich heile mich einmal voll. Du musst dich auch einmal vollhören. Hast du noch was? Oder nicht mehr? Ja. Hier sind auch noch, äh, Dings, Verbände. Ja. Gibt noch ein großes Pack. Holy shit. So, jetzt müssen wir mal rein rein da. Ach du Scheiße. Zone! Direkt vor uns. 2,40. Kämpfen die. Wenn du es siehst. Ja. Was wir die noch gekriegt haben, ist übrigens ein Wunder. Jo, Schuss auf uns. Ich seh nicht, wo die da drin sind. Wo drüber sind die ganz oben. Ich snipe dich, Anker. Ah! Mach das. Er kommt. Oh, fuck. Hier, Kerpen. Alles klar. Ich dieses Spiel hasse. Es ist vorher noch so, ey, wir haben jemand gekillt. Wie ich dieses Spiel hasse. Was? Herzog will auf die Ignore-Liste. Klar. Oh, was? Was? Hallo, Black Game House geht. Tü-tü. Habt ihr denn schon alle abgestimmt, was wir gleich zocken? Außer Dead by Daylight. Und Secret Neighbor. Denn wir brauchen zwei neue Games, boys. Sonst denkt man immer so, ja, man kann ja nicht immer das gleiche Spiel spielen. Irgendwann wird es ja auch langweilig, auch für die Leute. Ja, wofür stimmen sie ab? Immer für das gleiche Spiel. Ich finde es voll doof, dass man die Karren hier nicht fahren kann. Man kann sie nur kaputt machen. Overwatch? Nee. Hallo, Robin. So, wo fahren wir hin? Such dir was aus. Ich suche mir mal aus. Tor. Hm. Ja. Du musst dir schon was aussuchen. Tomatotempel? Klar. Da, wo die Tomaten sind. Wie? Wann fangt ihr denn an mit dem Community-Spiel? Ähm. So in 15 Minuten. Ja, passt. Perfekt. Dann muss ich auch los. Es werden immer mehr Gleichstände. Na toll. Tomatotempel. Tomatotempel. Schönen wir noch mehr Gegners? Wo bist du denn gerade? Ach, da. Ich sehe gerade keinen anderen. Sehr gut. Tomatotempel. Tomatotempel. Okay. Schon süß hier. Tomatotempel. Aber da ist ja gar nichts drin, oder? Oder kann man da noch runter? Puh, ich war hier noch nie. Nein. Was sie hier gebaut haben, finde ich irgendwie lustig. Kaputt machen kannst du den auf alle Fälle. Ja, ja. Das kann man eh. Oh, Ketten wäre doch schön. Hm. Hm. Hm, sage ich da nur. Hm. Hm. So, ich würde gerne nach da oben kommen. Ach so. Das ist ja okay, aber ja. Na toll. Äh. Äh. So. Did it. Hast du? Es hat zwar etwas Zeit gedauert. Aber ich... I did it. Da ist noch ein Schliff. Wir sind ja auch voll in der Zone, ne? Ja. Voll praktisch. Trollen die hier rum in der Abstimmung? Na toll. No. Ich finde den Tempel ja irgendwie cool. Ja. 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 Ach, ja. So. So, Leute. Wie es aber weitergeht, seht ihr in der nächsten Runde. Bis dahin. Tschüss.